Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Weltslagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK Motion & Control und Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec Guten Morgen und herzlich willkommen bei Autobranch, dem Frühstücksfernsehen für die automobile Welt. Bei uns erfahren Sie, wie gewohnt, wieder alles, was Sie in dieser Woche über die Automobilbranche wissen sollten. Auch durch diese Sendung leitet Sie meine Kollegin Moni Pappelau. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen, Guido. Hallo, liebe Zuschauer. Wir starten, wie gewohnt, mit unserem Pressespiegel, einem Überblick aktueller Meldungen unserer Kollegen aus der Zeitungs-, Magazin- und Online. In der vergangenen Woche trafen sich in München rund 200 Visualisierungsspezialisten, Entwickler und Designer zu den zweiten Autodesk Automotive Days. Die Vortrags- und Ausstellungsveranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto Design Drives Success. Und wir trafen vor Ort Vice President Robert Cross von Autodesk. Autodesk unterstützt die Automobilhersteller auf unterschiedlichste Weise. Die vermutlich wichtigste ist das Design im Entwurfsstadium. Nahezu jedes Auto der Welt wird mit unserer Elias-Software von den Konzeptdesignern in den Studios gestaltet. Mit diesem Programm vermitteln wir ein echtes Gefühl für das Auto und machen die Gestaltung erlebbar. Nicht nur beim Außendesign, sondern auch im Interieur. Aber wir unterstützen die Unternehmen auch bei der Fertigung der Fahrzeuge, mit unseren Entwicklungstools und den Gestaltungswerkzeugen zur Planung und Simulation ganzer Produktionslayouts. Das macht die Produktion wirtschaftlicher. Das heißt, Autodesk unterstützt die Unternehmen sowohl in der frühen Konzeptphase des neuen Modells bis hin zur Realisierung. In auffallend hochwertigen Vorträgen informierten die Referenten über aktuelle Trends der OEMs und Zulieferer im Umgang mit virtuellen Entwicklungsaufgaben. Vom Rapid Prototyping über das Interior und Exterior Design bis hin zur kompletten rechnergestützten Fertigungsplanung. Was in Zukunft noch so alles machbar sein wird, nochmals Robert Cross. Ich denke, wir werden in Zukunft drei große Trends erleben. Nummer eins ist sicherlich die Cloud, die den Anwendern unbegrenzte Rechenleistung und Kapazität zur Verfügung stellt, und zwar zu überschaubaren Kosten. Mit Cloud Computing lassen sich enorme Problemstellungen mithilfe der riesigen Rechenleistung bewältigen. Das war so noch nie möglich. Der zweite große Trend unserer Branche ist sicherlich die Echtzeitanalyse. Das heißt, modellieren und simulieren in Real-Time lässt die Veränderungen an den Produkten sofort sichtbar werden. Und der dritte Trend ist der Einsatz mobiler Endgeräte. Wir entwickeln derzeit eine ganze Serie neuer Tools für das Arbeiten und Designen mit Geräten wie iPad und anderen internetbasierten Anwendungen. Einen ausführlichen Bericht über die Veranstaltung sehen Sie in Kürze hier in AutoManager.tv. BMW, Daimler und VW wollen mitrollen auf der Route 66 zwischen Straßenkreuzern und Pickups. Amerika gilt bei den drei Autoriesen als das gelobte Land. Zwar ist der deutsche Anteil an den Verkäufen eher mickrig, aber da ist eben auch noch viel Platz nach oben. Wenn gleich in der Automobilindustrie Märkte wie Indien und China als große Hoffnungsträger gelten, ist Nordamerika nach wie vor einer der wichtigsten Absatzmärkte der Welt. Allein der Ersatzbedarf des Landes rechtfertigt hohe Investitionen in Produktionsanlagen wie BMW in Spartanburg, Daimler in Tuscaloosa oder VW in Chattanooga beweisen. German Engineering übt auf die Amerikaner einen ganz besonderen Reiz aus, mit 200 Sachen über den Highway düsen zu können. Auch wenn meist bei 100 kmh Schluss ist, beflügelt die Verkaufszahlen deutscher Hersteller. Übrigens mehr als das hier in Deutschland so gepflegte Qualitätsimage. Das haben unsere deutschen Autos dort nämlich nicht, wie wir kürzlich am Beispiel von VW erleben konnten. Die Platzhirsche Ford, GM und Chrysler lassen sich ihren Markt nämlich nicht kampflos abjagen. Und so wundert es nicht, dass auch noch so unscheinbare Qualitätsprobleme an die ganz große Glocke gehängt werden. Man denke nur an das Fußmatten-Debakel von Toyota oder die Dieselschlauch-Misere von VW vor wenigen Wochen. Experten vermuten, dass der ganz große Boom für deutsche Autos in den USA erst dann kommt, wenn das Thema Spritkosten eine höhere Bedeutung bekommt. Das heißt, die Benzinpreise spürbar nach oben gehen. Denn in Sachen Verbrauch macht uns auch dort niemand etwas vor. Die Welt berichtet in ihrem Online-Portal über die Innovationsfreude Deutschlands im internationalen Vergleich. Trotz Krise habe die hiesige Industrie massiv in ihre F&E-Projekte investiert und damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung geleistet, wie das Blatt anhand einer aktuellen Studie belegt. Mit 60 Milliarden Euro fließt in diesem Jahr so viel in die Forschung wie noch nie. Und Deutschland nimmt damit im europäischen Ranking Platz 1 vor Frankreich und der Schweiz ein. Unternehmen wie Siemens und vor allem Volkswagen tragen durch ihre antizyklischen Investitionen in diesem Bereich maßgeblich zum Top-Innovator-Image Deutschlands bei, wie die Welt schreibt. Aber trotz aller Freude über diesen Umstand kritisieren Experten die Förderpolitik der Bundesregierung. Bund und Länder hätten zwar ihre Mittel für wissenschaftliche Forschungsförderung deutlich erhöht, Die Wirtschaft jedoch erhält von Vaterstaaten nur rund 2,8 Prozent der staatlichen F&E-Ausgaben. Und dieser Wert ist im europäischen Vergleich eher schwach. Es war im März, als in Japan die Welt unterging. Das Erdbeben, der Tsunami und die verheerende Reaktorkatastrophe in Fukushima haben auch uns stark betroffen gemacht. Das ist jetzt gut ein halbes Jahr her. Wie geht es Japan jetzt? Die Wirtschaft erholt sich überraschend schnell und dazu trägt besonders die Autobranche bei. Vor allem die Exporte von Autos und Autoteilen stabilisieren den japanischen Markt. Auch innerhalb des Landes wird mit milliardenschweren Hilfspaketen versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. Es wird der Wiederaufbau in der Tsunami-Region unterstützt und auch kleine Firmen, Farmer und Fischer, sollen Hilfe bekommen. Derzeit ist auch unser Bundespräsident Christian Wulff vor Ort und wirbt für eine engere Zusammenarbeit bei Zukunftstechnologien und für den Abbau von Handelsbeschränkungen. Dass sich die Industrie und mit ihr die Automobilbranche so schnell wieder erholt, ist freilich nur für Außenstehende ein Wunder. Japan-Kenner hatten nie einen Zweifel daran, dass das Land mit ungeheurem Fleiß und massiven finanziellen Anstrengungen den Wiederaufbau vorantreibt und die Katastrophe sogar als Chance aus der wirtschaftlichen Zwickmühle erkennt. Vor der Katastrophe nämlich war das Land in eine gefährliche Mischung aus Innovationsstau, Wirtschaftspolitik und Währungsdruck geraten. Jetzt, nach dem Schicksalsschlag, beginnt das Land umzudenken und Japan scheint zurückzukehren zur alter Stärke. Gut so. Einen schönen Artikel habe ich im Online-Portal der ZEIT gefunden. Darin geht es um die Simulation von Fahrverhalten im Straßenverkehr. Wenngleich es der Automobilindustrie Stück für Stück gelingt, durch moderne Assistenzsysteme Unterstützung anzubieten, zum Beispiel um in der Spur zu bleiben, um die Ecke zu schauen oder den Abstand zum Vordermann nicht zu klein werden zu lassen, bleibt das individuelle Verhalten des Autofahrers bisher für die Automobilhersteller ein Mysterium. Grund genug für die Hochschule Ruhr-West in Bottrop, einen Forschungsbereich für theoretische Informatik und kognitive Systemtechnik zu betreiben. Was für ein Wort. Der Neuroinformatiker Yannis Yusufidis erforscht mithilfe von Fahrsimulatoren und Testfahrern das mitunter unvorhersehbare Verhalten des Menschen im Straßenverkehr. Für die Autoindustrie sind diese Forschungen hochinteressant, zumal wir zwar vom Sonntagsfahrer, Raser, Träumer und Normalfahrer sprechen, aber bisher nicht so richtig definieren können, welches Verhalten die Autofahrer wann und in welchem Maße an den Tag legen. So richtig spannend wird es demnächst, wenn die Forscher in Bottrop auch noch den Fußgänger in ihre simulierte Forschungswelt einbinden. Dessen Verhalten zu ergründen und in Zukunft vielleicht sogar vorhersehbar zu machen, ist ein Traum, der uns dem unfallfreien Fahren ein Stück näher bringen dürfte. Kommen wir nun zu unserer Neuvorstellung der Woche, diesmal mit einem Flaggschiff aus Ingolstadt. Die Zeiten großvolumiger V10-Aggregate sind auch bei den S-Modellen von Audi vorbei. Aber keine Sorge, denn das Downsizing beschränkt sich beim neuen Audi S8 zum Glück nur auf Zylinderzahl und Hubraum. Bei der Leistung legt die Highspeed-Limousine dagegen kräftig nach. 520 PS und 650 Newtonmeter reißen beim neuen S8 an allen vier angetriebenen Rädern. Zugegeben, das Motorengeräusch eines schreienden 10-Zylinders hat nichts zu tun mit dem eines bassigen V8. Aber in Sachen Agilität und Ansprechverhalten hat der neue S8 nichts eingebüßt. Im Gegenteil. Nach 4,2 Sekunden berührt die Tachonadel die Tempo 100-Markierung. Bereits bei 1700 Umdrehungen liegt das Drehmoment von 650 Newtonmeter an. Und das beeindruckt Fahrer und Passagiere äußerst nachhaltig. Apropos nachhaltig. Trotz gesteigerter PS-Leistung um 70 PS verbraucht das neue Fahrzeug 3 Liter weniger Sprit als der V10-Vorgänger. Das heißt unterm Strich 10,2 Liter Superplus auf 100 Kilometer für eine Reiselimousine der Superlative. Nicht schlecht. Erreicht haben die Motorenentwickler von Audi das durch ein Füllhorn von Energiespar-Strategien. Darunter das Rekuperations- und Start-Stop-System mit der neuen Cylinder-On-Demand-Technologie. Hierbei schalten sich vier Zylinder im Teillastbereich ab. Und zwar so, dass der Fahrer es nicht merkt. Der Trick? Unterdrückung störender Frequenzen und ein ausgetüfteltes Sounddesign, das ganz gezielten Gegenschall erzeugt. Der Fahrer bemerkt das reduzierte Zylinderprogramm nur, weil sich die Verbrauchsanzeige grün färbt. Das Zu- und Abschalten der vier Brennräume vollzieht sich unmerklich. Nach seinem Debüt auf der diesjährigen IAA gönnt sich der neue Audi S8 jetzt noch einige Monate Ruhe, ehe er dann im Frühsommer 2012 zu den Händlern rollt. Den Preis geben die Ingolstädter mit knapp 112.000 Euro an. Im Vergleich zu seinem nicht mehr erhältlichen Vorgänger ist das eine Preissteigerung von etwa 7.000 Euro. Mal sehen, ob die Business-Kunden, die Audi mit dem S8 zumeist anspricht, da mitgehen. Es folgen nun die Top-Meldungen der Woche. Daimler. Der Stuttgarter Autobauer will in seinem US-Werk künftig fünf Modelle produzieren. Neben den Geländewagen der M-, GL- und R-Klasse sowie dem 2014 erwarteten Anlauf der C-Klasse soll ab 2015 ein weiteres, ganz neues Mercedes-Modell in Tuscaloosa vom Band laufen, wie das Unternehmen vergangenen Donnerstag mitteilte. Hierfür würden 350 Millionen US-Dollar investiert und 400 neue Jobs entstehen. Webasto. Der Automobilzulieferer Webasto hat einen neuen Kooperationspartner. Gemeinsam mit dem US-Hersteller von organischen Solarzellen, Conaca Technologies, will das Unternehmen aus Stockdorf bei München nach eigenen Angaben den Wirkungsgrad der Solarzellen auf automobilgerechte Größenordnungen erhöhen. Opel. Der Rüsselsheimer Autobauer Opel stoppt nach einem Jahr seine lebenslange Garantie für Neuwagen. Die offizielle Begründung lautet, dass die Kunden inzwischen wieder verstärkt Vertrauen in die Qualität der Autos gefasst hätten. Medienberichten zufolge gab es jedoch zwischen Opel und seinen Händlern Streit über die Kosten und die missverständliche Formulierung. Johnson Controls. Nach nur wenigen Monaten verlässt Robert Houston, Leiter des Produktbereichs Metals & Mechanisms, den Automobilzulieferer. Sein Nachfolger wird Byron Foster. Erst vor kurzem gab das Unternehmen bekannt, dass der ehemalige Daimler-Vorstand Rainer Schmückle als Chief Operating Officer ins Autogeschäft zurückkehrt und die Gesamtleitung der Produktgruppe Seating Components by Johnson Controls übernimmt. Volkswagen. In den VW-Werken Wolfsburg und Emden standen von Freitag bis Dienstag die Bänder in der Fahrzeugfertigung still. Grund dafür ist laut einer Mitteilung des Herstellers ein Engpass in der Getriebeproduktion in Kassel, die seit Monaten an der Kapazitätsgrenze arbeitet. VW investiert allein in den kommenden beiden Jahren rund 550 Millionen Euro in den Kapazitätsausbau. Saab, der akut vom Aus bedrohte Autohersteller Saab, hat die Zusammenarbeit mit zwei als Rettungsanker vorgesehenen chinesischen Partnern aufgekündigt. Wie Saabs Muttergesellschaft Swedish Automobile mitteilte, habe man eine vergangene Woche vorgelegtes Übernahmeangebot durch den Autohersteller Youngman und das Großhandelsunternehmen Panda abgelehnt. Von beiden zugesagte Überbrückungsgelder zur Zahlung von Löhnen und Gehältern sei nicht überwiesen worden. Die Chancen auf eine Rettung der Traditionsmarke schwinden damit erneut. KUKA. Der Augsburger Roboterhersteller KUKA hat einen Großauftrag von Ford Europa zur Automatisierung der Produktionsanlage im spanischen Valencia erhalten. Im Rahmen dieses Großauftrags liefert das Unternehmen insbesondere Anlagen zur Produktion von Anbauteilen wie Türen, Kotflügel, Motorhauben und Heckklappen für das Volumenmodell KUKA. Diese und weitere aktuelle Nachrichten zum Nachlesen finden Sie unter www.automanager.de in der Rubrik Meldungen. Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit den Veranstaltungshinweisen und Gilo. Dankeschön, Moni. Und ich habe wie immer noch zwei Termine für Sie. Ab Freitag widmet das BMW-Museum der Entwicklung der großen BMW-Coupés und Cabrios eine eigene Ausstellung. Unter dem Titel The Line of Beauty führen 14 Exponate aus den Jahren 1937 bis 2011 die Besucher auf eine Zeitreise durch die Welt eleganter Sportwagen. Die Ausstellung läuft noch bis Herbst des kommenden Jahres. In der zweiten Novemberwoche findet zum sechsten Mal das CTI-Forum Heiz- und Kühlsysteme im Kfz statt. Bei dieser Veranstaltung zeigen Redner namhafter OEMs und Zulieferer Trends, Möglichkeiten und Zukunftsvisionen der Fahrzeugklimatisierung auch für die Elektromobilität auf. Genauer Termin ist der 8. und 9. November in Stuttgart. Und weitere Veranstaltungen finden Sie natürlich auch in unserer Rubrik Events, unten rechts im Menü. So ist das. Danke, das war der Autobranch für dieses Mal nicht vergessen. Wer in der Automobilbranche etwas zu sagen hat, sagt es in... Automanager TV. So ist das. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen noch einen guten Morgen. Tschüss von uns. Tschüss. 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 Tschüss.